Verzauberung? 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bringe das Schloss unter Kontrolle. Redet mit Isolde, sobald ihr euch entschieden habt, sonst wird sie noch wahnsinnig. Mein Sohn erwartet eure Entscheidung. Fällt sie rasch? Lyrion und viele Magier findet ihr beim Zirkel der Magie, wenn die so etwas überhaupt machen. Glänzende Idee. Immerhin betrifft einer der Verträge auch den Zirkel der Magie. Der Turm ist etwa eine Tagesreise entfernt, jenseits des Sees. Ihr könntet die Magier um Hilfe ersuchen. Aber was geschieht hier? Connor wird nicht ewig so passiv bleiben. Nun gut. Ich behalte Jowen vorsichtshalber hier. Er will uns helfen, also soll er mit uns auf Connor aufpassen. Dann rasch zum Turm. Je länger ihr fort seid, desto wahrscheinlicher wird eine Katastrophe. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Würdest du vielleicht mal aufhören zu essen? Ich habe Hunger. Du kannst dich im Lager vollstopfen. Jetzt behältst du die verdammte Straße im Auge. Aber wir starren schon seit Stunden auf die Straße. Kein einziger Reisender. Kann vielleicht einer von euch mal aufpassen. Tag wiedersehen. Tag wiedersehen. Tag wiedersehen. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ist das nächste unvorbereitete Dorf, die nächste Stadt, verloren? Das kann wir nicht zulassen. Und die Magier, wenn noch welche leben, weiß ich nicht, was aus ihnen geworden ist. Um sicher zu sein, müssen wir sie vermutlich alle beseitigen. Wenn es nur schon vorbei wäre. Wir haben kaum noch Vorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch halten können. Ja, möchtet ihr handeln? Die Magier sind also alle eingesperrt? Ein passendes Ende. Hätten sie ihre Freiheit... Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Soll ich euch nicht? Ich kümmere mich darum. Ihr seid es. Nein, bleibt weg von mir. Grauer Wächter oder nicht, ich werde euch erschlagen.